Doch die 80er brachten nicht nur neue Bands hervor, auch geschäftstüchtige Musikproduzenten erkannten, dass sich mit neuen Bands jede Menge Geld machen ließ. Ich bin im Londoner Stadtteil Southwark, wo noch heute der Produzent Pete Waterman sein Büro hat. In den 80ern war das eine ziemlich heruntergekommene, düstere Ecke der Stadt. Niemand hätte hier die Zentrale eines der erfolgreichsten Musikproduzententeams aller Zeiten vermutet. Mitte der 80er beherrschten Mike Stork, Matt Aitken und Pete Waterman mit ihren Produktionen die Hitparaden. Mit ihrem Team von knapp 50 Angestellten hatten sie die Erfolgsformel gefunden, mit dem neuen Sound den Mainstream zu erobern. Ich bin zu Gast beim Kopf hinter dieser Entwicklung, Pete Waterman. Stork, Aitken, Waterman sind aus den 80ern nicht wegzudenken, denn eure Produktionen waren ja überall. 13 Nummer 1 Hits, die Leine in den 80ern, mehr als 20 Nummer 1 Hits in England. Es fällt mir schwer, mich an die 80er zu erinnern. Ich war einfach zu beschäftigt. Wir waren an sechs Tagen in der Woche bis um 11 Uhr abends im Studio. Manchmal bin ich mitten in der Nacht wiedergekommen, weil wir in Schichten rund um die Uhr gearbeitet haben. Die 80er sind also verflogen. Im Studio von Stork Aitken Waterman war ständig Betrieb. Es blieb nicht mal Zeit für eine Mittagspause. Der Lohn für die harte Arbeit? Vier Jahre lang verging keine Woche, in der nicht mindestens einer ihrer Songs in der Hitparade ganz oben war. Eine erstaunliche Leistung für ein unabhängiges Plattenlabel, das aus dem Nichts entstanden war. Es wird immer vergessen, dass wir völlig unabhängig sind. Vor drei Jahren gründeten wir unser kleines Unternehmen und es gelang uns, Warner Chapel, die größte Firma der Welt, zu schlagen. Wir waren nicht Teil eines multinationalen Labels. Wir waren unabhängig. Wir haben unsere Angestellten selbst bezahlt. Wir waren die einzigen Unabhängigen in ganz England. Wir waren zu viert gegen die ganz Großen wie Warner, EMI, Universal. Und wir haben sie besiegt. Einfache Jungs von der Straße. Sie produzierten erst die Songs und ließen sie von fernsehtauglichen, jungen, unbekannten Künstlern einsingen. So machten sie No Names zu Stars. So viele, dass ihre Firma den Beinamen Hitfabrik verpasst bekommt. Und das war nicht immer schmeichlerhaft gemeint. Denn sie bastelten Hits wie am Fließband. Und so klangen sie manchmal auch. Was mich noch immer an den 80ern schockiert ist, wir sind damit durchgekommen. Da kam keiner und sagte, warum machen wir nicht das gleiche wie die? Die haben alle gesagt, nee, sowas wollen wir nicht machen. Ich konnte das einfach nicht fassen. Heute ist das ganz anders. Wenn jemand einen Hit hat, gibt's gleich 50 Songs, die genauso klingen. Nach zwei Stunden ist das Internet voll davon. Was war eigentlich das Geheimnis hinter eurem Sound? Immer der Song. Wir beherrschten eine große Bandbreite an Musikstilen. Vor allem hatten wir aber offenbar ein Gespür dafür, was einen großartigen Song ausmacht. Matt und Mike hatten in Bar Mitzwa-Bands auf zahlreichen Festen gespielt. Sie waren auf Ausflugsschiffen und so. Das war ihr Job und da musst du alles spielen. Deswegen konnten die meine Ideen auch musikalisch schnell umsetzen. Die Kritiker ließen kein gutes Haar an den Produktionen. In einer Umfrage nach den schlimmsten Errungenschaften der 80er landeten Stork, Aitken, Waterman gar auf Platz 2 hinter Margaret Thatcher. Allen Kritikern zum Trotz, der Erfolg gab ihnen recht. Doch Anfang der 90er endete die Ära des Plastikpop nach fast einem Jahrzehnt. Die Wahrheit ist, Geld verdirbt die Musik. Als sich die Sache zum Ende hin bewegte, also ich meine, die Jungs haben so viel Geld verdient. Die wollten lieber Golf spielen. Die fuhren drei Wochen in den Urlaub. Ich habe das nicht gemacht. Weißt du, ich war nach einer Woche wieder am Arbeiten. Naja, so ist das wohl. Es ist großartig, so viel Geld zu haben, aber es nimmt dir die Not, arbeiten zu müssen. Und ich habe das nicht wegen des Geldes gemacht. Ich wollte nur Musik machen. Die meisten Stock-Aitken-Waterman-Schöpfungen sind in der Versenkung verschwunden. Doch es gibt auch Ausnahmen. Einen Star von damals und heute treffe ich nur ein paar Busstationen von Pete Waterman entfernt. An ihm ist auch meine Generation nicht vorbeigekommen. Und das, obwohl er sich Anfang der 90er aus der Musikbranche zurückgezogen hat. Vorzeitiger Ruhestand mit 27 Jahren sozusagen. Heute ist er 50 und es scheint fast, als hätte er sich überhaupt nicht verändert. Rick Astley. Ich kann es kaum glauben, dass der ehemals erfolgreichste Künstler Großbritanniens so bodenständig und so offen ist. Selbst die Schüchternheit, für die er in den 80ern bekannt war, ist verflogen. Die war sogar in seinen Musikvideos ein Thema. Du wirktest damals ganz schön schüchtern. Also ich war... War ich schüchtern? Und dann wird aus dir über Nacht ein internationaler Popstar. Ich glaube, ich kam deshalb so schüchtern rüber, weil ich mich entschieden habe, weniger zu sagen und die Dinge mehr auf mich zukommen lassen wollte. Als ich im Fernsehen aufgetreten bin, hat mich niemand darauf vorbereitet. Man wurde einfach auf die Couch gesetzt und dann hieß es, los geht's. Wie kommst du soweit mit dem Ruhm klar? Ich meine, du wurdest ja über Nacht ein Star, nicht wahr? Ja, das stimmt. Aber ich nehme es so, wie es Tag für Tag kommt, weißt du? Ich schaue, dass es mir nicht zu Kopf steigt, wenn es dem Album hilft. Ich war Teejunge im Studio. Ich hatte mich bei Peats Firma unter Vertrag nehmen lassen. Die waren unglaublich beschäftigt in dem Jahr, weil sie mit Geld beworfen wurden, um all diese großen Stars und großen Alben zu produzieren. Und ich musste mich hinten anstellen. Ich hing also im Studio ab und kümmerte mich um die Bandmaschinen. Aber die meiste Zeit habe ich Tee gekocht. Viel Tee. Für Bananarama, Dead or Alive, Mel & Kim. Ich habe sogar Tee oder Kaffee für den Typen gemacht, der Never Gonna Give You Up programmiert hat. Vom Tee-Jungen zum Weltstar. Eine echte Bilderbuchkarriere. Hinter dem Welterfolg steht aber ein Geistesblitz von Pete Waterman. Rick lebte bei mir und ich war am Telefon mit meiner Ex-Freundin. Weil das Gespräch zwei Stunden dauerte, waren wir spät dran für die Arbeit. Und Rick meinte zu mir, you never gonna give her up. Du wirst sie nie aufgeben. Und ich meinte, ah, das ist es. Boom. Als wir das Video für den Song Never Gonna Give You Up drehen sollten, das war in der Woche, in der es die Nummer eins wurde, da hat mich niemand zur Seite genommen und gesagt, was ich anziehen soll. Ich kam mit einer Tasche und einem weißen Regenmantel und hab gefragt, was ist der Plan? Wir waren an einem ähnlichen Ort wie diesen. Es war eine alte Kirche in London und da gab es einen Maschendrahtzaun. Und der Regisseur, der ist jetzt doch tatsächlich berühmt, der meinte zu mir, willst du vor dem Zaun da tanzen? Und ich meinte nur, na klar, lass uns loslegen. Und auch wenn Rick den Song unendlich oft gehört und gesungen hat, für ihn bleibt er immer etwas Besonderes. Da ist was an dem Lied. Denen ist es gelungen, da was einzufangen. Also es ist ohne jeden Zweifel Pop. Aber es hat bestimmte Elemente, die ich wirklich cool finde, wie etwa die Streicher. Es klingt ein bisschen wie American Soul, diese kleinen Schattierungen. Versteh mich nicht falsch, es ist ein Popsong. Aber für mich hat er ein bisschen was Souliges. Gab es eigentlich jemals Zeiten von exzessivem Verhalten bei dir? Auf einer Yacht mit, naja, du weißt schon, so stell ich mir die 80er jedenfalls vor. Für sowas hatte ich keine Zeit. Ich war 22 und stinkreich. Ein paar Nummer 1 Hits in den USA und all das. Ich hatte verdammt viel Geld und keine Zeit, es auszugeben. Das klingt jetzt unfassbar langweilig. Aber ich bin froh drum, weil als ich aufgehört habe, hatte ich immer noch Geld, weil ich keine Chance gehabt hatte, es zu verballern. Ich habe nicht Stunden mit Models im Pool verbracht. Mittlerweile mache ich es natürlich jedes Wochenende. Bei einem kleinen Spaziergang durch seinen Lieblingsantiquitätenladen erzählt er mir, warum er die Frührente aufgegeben hat. Er will einfach wieder Musik machen. Ein mutiger Schritt als Ikone der 80er, wieder mit ganz neuen Songs auf die Bühne zurückzukehren. Aber man spürt es. Es geht ihm dabei wirklich nur um die Musik. Und das hat ihn schon immer von den anderen Stock-Aitken-Waterman-Schöpfungen unterschieden. Bei Rick war es anders. Er wollte singen, aber nicht berühmt sein. Das ist so lange her, das war vor 30 Jahren. Ich habe ihn neulich live gesehen. Er ist fantastisch. Er hat sich daran gewöhnt. Über 20 Jahre nach seinen letzten Auftritten steht Rick Astley nun wieder auf der Bühne. Und das Publikum feiert ihn, als wäre er nie weg gewesen. Vor allem in England. Sein neues Album 50 erreicht auf Anhieb Platz 1 der Charts. Du wirkst ziemlich souverän. Du hast dein Album 50 genannt. Ich stehe dazu. Du hättest ja auch 43 behaupten können. Hätte ich, obwohl das geht nicht. Mit Wikipedia geht das nicht mehr. Hast du Zuspruch von anderen dafür gebraucht? Soziale Medien. Das ist total erstaunlich. Du kannst irgendwo auftreten, jemand lädt einen Ausschnitt auf Facebook hoch und die Leute reagieren. Dann sagen die, wir mögen deine alten Songs, sing die weiterhin. Wir lieben sie und deswegen kommen wir. Aber mach ein neues Album. Und wenn das genug Leute sagen, und das war bei mir der Fall, dann bist du irgendwann überzeugt. Du musst mich verstehen. Ich habe den Jungen vor 30 Jahren entdeckt und mir gedacht, mein Gott, was für eine Stimme. Der Rest der Welt hat 30 Jahre gebraucht, um zu sagen, was für eine Stimme. Also sitze ich hier und denke mir, all die Kritik in den letzten 30 Jahren. Jetzt versteht jeder, was ich in ihm gesehen habe. Hört man das neue Album, merkt man schnell. Rick Astley ist mit sich im Reinen und er klingt tatsächlich besser denn je. Den Erfolg, den er in den 80er Jahren hatte, kann und will er gar nicht wiederholen. Aber die Reaktion der Fans und die ausverkauften Konzerte, die kommen da schon verdammt nah dran. Verkaufstheik. probably noch viel Bitte. Alles bitte. Alles bitte. Alles bitte. Alles bitte. Alles bitte. Vielen Dank.